Hallo und willkommen zu einer neuen Folge der Session Grid Origin. Auf den Dächern. Wo denn? Ja, ich habe mich zurückgefolgt, bereits offscreen. Und zwar waren wir letzten hier drüben unterwegs in die Wüste und das Gebiet ist eigentlich erst für 640. Da habe ich gedacht, wir gehen mal zurück nochmal. Und wir haben ja noch diesen Bereich, den wir noch nicht gemacht haben. Als Nächstes möchte ich eigentlich diesen Ort aufsuchen. Und das heißt dafür werden wir jetzt erstmal runter springen hier. Hoffentlich den Sprung überleben. So, schauen, das wäre in diese Richtung. Ich komme auch zum Pferd. Hier kommen wir zum Pferdchen auch gleich. So. Das neue griechische Viertel ist eine wunderbare Erweiterung unserer Stadt. Es verspricht Okay, wir brauchen jetzt ein Floß. Da haben wir eins. Okay, jetzt kommen keine Krokodile mehr. Ja, ich würde trotzdem schauen, dass ich hier bisschen zügig wegkomme. Keine Vorschein, dass das eine oder andere doch noch auftaucht. Da ist schon eins. Da ist noch eins. Okay. Zum Glück sind die nicht so schnell. Da ist noch ein Tier. Okay, dann haben wir vorhin noch kein Öl drin. Wie? Ah, echt? Na toll. Da ist gar kein Wasser draußen. Okay. Oh. Wir sind sehr gestorben. Bitteschön. Der Blutlacher, der wurde ihn ja schlagen, oder? Wahrscheinlich schon. Ähm, gut. Boah, wie hier einfach nichts ist, ne? Moment. Trüben wäre noch was? Ich glaube, wir gehen sogar da hin. So, dann ist das nächste Mal los. Das soll ein bisschen Züge unterwegs sein, weil das ein Segel hat. Ja, das sind auch Züge unterwegs. Okay, da werden welche von Krokodile angegriffen, dass sie jetzt mal sein. Wir gehen doch mal schnellstmöglichst auf unser Ziel los. Hier wohnen in Triena, anhand von den farbigen Stoffwetzen. Hier wohnen in Triena, anhand von den farbigen Stoffwetzen. Okay, da ist unser Ziel. Ähm. Okay, Moment. Ich muss da hoch. Nein. Das ist eigentlich der Bogen anscheinend. Die Möglichkeit bietet mit dem Feuer. So, haben wir getötet. So, ich möchte das Fleisch aber kaum. Sehr gut. Seht mal hartes Leder. Läuft. Boah, okay. Ich habe mal überlegt, ist das eine Wache oder was ist denn das da angezeigt wird? Eigentlich hätte ich ja daran gedacht, dass das so schnell krokodiert sein wird. Okay, jetzt hat sie ältliche Sachen freigeschaltet, weil wir hier hin sind. Okay, ich muss kurz hier mal schauen, was sie ist. Ich muss jetzt zwei Schätze zu blinden. Okay, jetzt sind beide und sowas, alles klar. Ja. Schöne Tage noch. Okay. Das ist der zweite. Ist jetzt was ätzig zum blinden sonst noch. Schöne, wir waren ein bisschen gleich hier geblieben. Nicht mal geflohen. Okay, ich bin mal weg. Gehen wir hier ins Land mal. Es scheint auch ein bisschen ruhiger hier zu sein, ohne Krokodile und so. Das war's schon. Okay. Schöne, schneller Fund. So. Dann in diese Richtung. Weiter. Ähm, so. So, sehr schön. Ja, was ist hier oben anscheinend. Oh. Ein Schatz zu holen. Ähm, okay. Von Leuten. Ähm. Yeah. Oh. Hey, was! Stimmt, Enki! Okay. Wart mal. Du bist hier in Helot, nur. Äh, die kracht. Oh. 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 Ich habe schon gesehen, dass man die Wand durchbrechen kann. Wie sie hinter der Säule, was für Stecke, ne, unglaublich. So, dann hätten wir uns auch, so heißt das nächste Ziel, in der Turn hier. Ähm, ich muss den Ausgang finden, mit der Hör hier vorne. Hast du schon angeklickt, Seud? Ganz wie deine Kröte mal zum Moment. So, viel besser. Moment mal, oh man, die ganze Zeit rausklicke, ey. Okay, wir müssen ein Pferd hier sein, ja. So, wir müssen ein Pferd hier sein jetzt. Oh, jetzt ist es schon da. Manchmal hat man an der Karten noch so ewig weit reiten. Da haben sie so extrem schnelle Vorortenstelle. So. 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 zum Hinreisen aktiviert. Okay, ich würde sagen, jetzt gehen wir von außen nach innen. Kann ich auch nicht springen. Okay, dann gehen wir von außen nach. Oh, Moment mal. Der ist halt, oder? Da ist es, okay. genau ein bisschen hoch fürs springen hallo ähm an die oder okay ein bisschen taugern dafür ja und und Ich habe mich schon gebunden. Das ging doch nicht. Boah, hier bin ich die ganze Zeit der Windestaste. Unglaublich. Das bräuchte ich jetzt auch noch nie, dass ich die ganze Zeit der Windestaste drücke. So. Auf das Pferd. Mal hier durch diese ganzen Reisplantagen wahrscheinlich. Beide sehen ein bisschen anders aus. Oh mein Gott. Ich kann mich mit dem Ort hier nicht aus. Spät gesehen ist das ein Hafen an den ich hin muss. Okay. Das Feuer brennt immerhin schon. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Wegen einfach drauf. So. Beide geholt. Muss ich vorsichtig sein. Angriff ist der beste Weg zur Verteidigung. So. 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 bettern Bus. So. 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 Huch, was denn das bitteschön, ey. Was ist die Aufgabe hier? Ach so, da ist ein... Okay, ich... Schon wieder die... Die Minotast, ich glaub's nicht, ey. Ist das ein Artefakt? Guck die Gegenst du ab! Ich mach weiter! Die Kinder spielen sich! Was? Ähm. Mein Gott. Ähm. Boah. Ey, wieso? O, wieso? Wieso, wieso? Wie wies die Windos hast du? Das sind drei Arte Fakte. Da bist du ja. Ach. Wuh. Oh, was? Revent mal. Oh, was? Ja, ich weiß dir die Eingeweide aus. Ich muss da nicht gleich hinterher. Wir müssen zu mir kommen, ja. Und hier ist ein Schatz, plündern. So, sehr schön, ich hab ihn mal. Du wirst sterben, tschüss für mich. Da war's, stirb'n. Und da, da bist du ja. Gemeinsam. Weg den Gegner. So. Lenk den Kinkrad, ich mach weiter. So, das war's. Da sind die zwei auf dem Wagen wahrscheinlich noch. Ich glaube, ich hab hier eh schon alles gehört, wenn ich ehrlich bin. So, kurz schauen, Map. Ja, da haben wir schon alles. Dann hat er da aufs Clean und die Faute eh aufs Wende. Sehr schön. Das war's dann wohl. Hey, hey! Hey, hey! Lass ihn dir, Curious. Was? Hab's noch nicht, ey. Na, komm schon. Der möchte wohl gerne sich mit ihm kämpfen. Na ja, gut. Aber es war's jetzt um die Feuerpfeuer. Macht's sogar Sinn mit, äh, mehr Schaden durch Feuerwaffen. Na, hier sollte ich unentdeckt bleiben. Na gut, ich würde sagen, ich bin Dank fürs Zusehen. Wenn's da gefallen hat, lass mich ein Like da. Und sehen wir uns wieder morgen zur nächsten Folge von Session Grid Origin. Bis dann, und bye-bye. Auf Wiedersehen.